Hier spricht die Victory. Wir empfangen Ihr Signal. Befinden Sie sich in einer Notlage? Teil so ein Funkgerät, oder? Da ist ein Sturm eine Meile südlich. Ja, ich bin in einer Notlage. Hilfe ist unterwegs. Wie viele Seelen sind an Bord? Wir haben keine Seelen. Ma'am, können Sie mich hören? Ma'am, wir haben keine Peilung mehr! Kann nicht! Mann im Bord! Wir gehen unter! Wälder, Wälder, Wälder! Fiese Bester. Du musst das neue Mädchen sein. Was ist das? Wo sind wir? Wo wir hingehören. Bald wirst du ein ganz neuer Mensch sein. Dort hattest du nie eine Chance, Anna. Eine Chance worauf? Eine Chance zu siegen. Weißt du noch, was dir passiert ist, bevor du hierher gekommen bist? Das war keine gute Geschichte. Jetzt erlebst du eine neue. Ja. Sie können sich riechen, wenn sie hier sind. Okay Mädels, kommt, wir gehen. Wohin? Auf die Jagd. Es kommt einem vor wie ein Albtraum. Das ist normal. Ich gehöre nicht hierher. Ich will wieder zurück. Ich hab satt, wie all diese Mädchen behandelt werden. Nach allem, was ich dir gegeben habe. Was hast du mir denn gegeben? Ich hab eine Heldin aus dir gemacht. Du hast eine Psychopathin aus mir gemacht. Das ist dasselbe, Anna! Mary. Alpha. Yankee. Delta. Alpha. Yankee. Mädel, Mädel, Mädel! Du bist ein Monster. Wir alle sind Monster. ... Wir autumn sind Monster! Nach Jahren.